Ich habe nichts gegen dich, Leute! Fuck! Wie viel kommen da noch? 40 Schuss hast du noch? Ei, ei, ei! Fuckin! Was ging da ab? Jetzt kommt da noch ein Van voll. 28 Schuss noch. So, da ist einer links hoch. Oder er wollte links hoch. Gut erwischt. Du kannst nicht mal Waffen einsammeln. Ist das mies. Noch drei Leute. Das ist doch 16 Schuss insgesamt. Du kannst nicht den anderen Mann. 4. Hä? Wo kommt denn die hier? Hast du doch was eingesammelt? Und du hast den Weg schön freigeballert. Lauf ein bisschen über die Munition. So, genau. So. Sauber. In Deckung. Hey, du hast den falschen Mann. Fuck. Das ist doch krank. Oh shit. Viel mehr rote Punkte. Ja, aber die kommen in die andere Richtung. Da kommt einer. Was? Ich wollte gerade ansetzen, Mann. Der hat dich ja voll erwischt. Volle Kanne. Übel. Probierst du es nochmal? Nein. Alter. Fuck off. Wie hat dich der so schnell niedergemetzelt? Der muss mit einer Schrot da um die Ecke gekommen sein. Weil sonst wärst du nicht so schnell tot gewesen. Ohne Scheiß. Sauber. Sauber. Gut ausgeschalten. Kommt, das packst du. War schon schlimmere Sachen geschafft. Alter. Sauber. Sauber. Zum Glück war er mit der Schrot zu weit weg. Nochmal. Jetzt ist er hin. Sauber. Okay. Butter. Duck. Money hjerteseln. Schweine Rollkastrober. Nee. hat sich der hin verpisst alter der brutal du hältst dich aber echt gut muss man zugeben sauber dessen kommen die ganzen leute her das ist so brutal hinter dir region region vor mir ja das meine er er kommt von rechts sauber ausgeschalten ich bin schon wieder geduckt hat der tubak 390 schuss haste immer gut voran gut ausgeschalten was verlieren die da weiß ich nicht geld geld verlieren sie sauber hause weg ein nach dem anderen granaten werden in der situation echt geil ja sauber erwischt zwei leute noch am eingang korrektur einer komm schon spring ok bleibt geduckt der wird nicht springen da musst du die treppe nehmen wir brauchen mehr leute sofort um ein gott der der leute zum glück sind sich hier schon gut man muss noch ein stück lang gehen das sind rechtes Auto und da kommt auch ein Auto oder was auch immer komm komm lauf 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 zieh durch ab zum Auto ja komm spring an ne 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 Mr. Phillips, das ist Wei Chang. Du kennst meinen Geistern, Tau? Ja, der Ex-Nut. Wir haben einen Kontrakt, mit dem wir agree. Wie ist er? Er ist noch nicht die Räume, danke dir. Meine Freunde mögen dich in Nord-Yankton. Ich hoffe, dass wir sprechen können. War das deine Leute? Oh, natürlich. Ich wusste, dass ich mich auszutauschen muss. Ihre Operation hat mich ein Problem gemacht. Ich möchte mich in Blaine-County expandieren. starker wind ja denkst mir eh so wie du links, rechts, links, rechts schaukelst, schunkelst weißt du wer Michael da erwischt hat weißt du noch vom Anfang vom Trevor den einen Asiaten der irgendwie auf Droge war dem sein Vater hat die Leute geschickt scheiße ne echt kacke da müssen wir erstmal rausfinden was wir da wieder machen dürfen er wird sterben alles klar so ein paar Mädchen hast du ja noch zum fliegen Scheng Senior bin ich gespannt wenn wir Michael wieder aus den Fängen hier befreien können blammer hey du verrückter Treffen bei mir zuhause Frank und ich holen die letzten letzte Karre für deine dein keine Ahnung müsste man in jesemäch gucken fliegst du hin ein bisschen Schwachsinn treiben oder wie da ist der Landeplatz ah darum übergebe ich jetzt ja total Schrägenflug total verkorkst hier da musst du ja nicht auf den ersten versuchen du musst ja nicht auf den ersten versuchen du hast ja eh gut gefangen hoch ist doch schick ja jetzt schon noch ein bisschen weiter mein Freund naja von wegen Kopfschüsse 15 von 20 war es gut dran Augenblick der Wahrheit schön 50% naja die schaffen wir immer hey warum hebst du mir ab du Vogel Rinder ab in den Hangar in den Hangar Mann Mann nicht mal Spaß gönnt er mir wir sind hier unterwegs das Privatgelände runter hier den Knallen weg äh vor allem mit nem Hund so warte mal da ist noch ein Hund schau mal hinter ihm da Chub sieht aus wie Chub das wird doch nie in dem Chub's Girl Hau ihm eine rein eine reinhauen Hau ihm eine reinhauen ach ja das war ja springen ach ja das war ja springen oh ist dein Privatbesitz du kannst ihn abknallen es gibt dir das amerikanische Recht frei der Hund der Hund der Hund ist sauer auf dich tritt ihn fuck nimmst du dir jetzt endlich ne Knarre ja ja bin ja schon dabei da mein Hund der schießt der schießt so knapp neben sein Arschloch ja in Arschlochs Breite in Arschlochs Breite ja 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 komm das wär zu geil wenn ihr mich nicht runter holen könnt so ich nehm mir mal diese Karre ja hältst du denn von der ja weil sie dumm da steht ja dumm da steht ja das auf jeden Fall wo müssen wir denn hin wo müssen wir denn hin da ist ein D ey da ist ein winzig kleiner Punkt siehste ja das ist der Tennisball Tennisball ach den beinst du den ja ja dann fahren wir da mal kurz hin ja das ist doch nicht für ihn oder doch das ist ein gelber Kreis achso die Kreise werden ja sonst gar nicht angekündigt die grünen Kreise sind von Franklin ja genau und was ist das jetzt das sind ja die Promi Ansicht Stücke haben wir doch vorhin schon mal welche gehabt achso wir waren mit ihm unterwegs ja 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 ja